Wieso werden Unverträglichkeiten immer häufiger? Wie hängen Klima und Ernährung eigentlich zusammen und warum teilen wir so gerne Fotos von Essen auf Instagram? Mein Name ist Julie und wir von den Salzburger Nachrichten widmen uns in unserem Schwerpunkt Essen gut, alles gut, einen Monat lang dem Thema Ernährung. Dabei erforschen wir verschiedene Foodtrends, ergründen wie sich Spitzensportler ernähren und begleiten Menschen, die Essen aus dem Müll retten. Die Geschichten zu Essen gut, alles gut findet ihr in der Zeitung und unter sn.at//essen